Diese hier angebotene E1-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 28 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 650 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017